Ja, wieder da. Wie haben wir ihn ausprobiert? Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Du weißt, was ich jetzt sehe? Aber wenn ich jetzt auf Kenny sehe... Er ist einfach... Er scheint zu verbrechen. Und verbrechen Menschen sind schrecklich. Ich weiß, dass du mit ihm eine Geschichte hast. Ich denke, er ist ein guter Mann. Er hat zumindest angefangen als ein guter Mann. Du bist falsch. Kenny ist stärker als jeder. Er versucht, uns zu schützen. Ich weiß nicht, Clem. Ich dachte damals, dass... vielleicht noch all die Gefahr nicht zu dir gekommen ist. Aber du hast deinen Freund verletzt Carver. Nicht nur zu töten. Aber... Clem, du hast noch nicht geblieben. Äh... Carver hat es verdient. Carver hat es verdient. Er war ein schlechter Mann. Keine Frage über das. Ich hoffe, dass wir nicht die gleiche werden. Ah, ich hasse sowas, ey. Oh, Gott. Ich muss den anderen über das Deck erzählen. Ja, gut. Ich will, äh... Ich sehe dich da wieder. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was... Wie es mit Kenny weitergeht. Wie es mit Jane weitergeht. Was Luke von uns, also von Clementine hält. Ob wir wirklich doch... durch die Entscheidungen, die ich jetzt so... oder... die ich jetzt so getroffen habe mit Clementine... doch böse werden. Ich weiß nicht, Kenny. Was, wenn etwas falsch ist? Nichts falsch. Die Babys wissen, wie zu geboren werden. Clementine. Was hast du gefunden? Das Gebäude von hinten hat ein Observation-Decke. Woher wird das Baby sicherer sein? Es kommt so viel schneller, als ich dachte. Es ist hoch. Es sollte von Walkern sein. Das klingt gut. Wenn es Zeit... Hey! Das scheint gerade noch was anderes. Jetzt glaube ich... Alles in der Tat war für dich und das Baby. Es war für dich und das Baby. Er hat sich auf den Carver gefordert. Es war, zu versuchen, dich und das Baby sicher zu halten. Ja. Ich weiß, dass es Zeit ist. Aber ich kann nicht stoppen, zu denken, Dinge, die ich ihm zu ihm gesagt hätte. Dinge, die ich ihm zu ihm darüber gesprochen hätte. Ich will nicht wissen, wie ich das ohne ihn tun würde. Du wirst eine gute Mutter sein. Du wirst eine gute Mutter sein. Wir haben sicher einen langen Weg, seit wir uns erst kennengelernt, oder? Du bist ein guter Kind, Clementine. Ich bin glücklich, dass du da bist, um das Baby zu schauen, das Baby zu schauen. Ah! Oh Gott! Ich habe das. Wir haben noch einen Moment gesehen. Und ich sage nicht, dass ich ihn nicht vertraue. Aber ich würde es empfehlen, wenn du ihn auf ihn geschaut hast. Ja, gehen wir hin. Ich werde gut sein. Okay. Gehen wir alleine nach den Suchen. Also, es ist doch Pups egal, mit wem wir hätte gehen sollen wohl. Wir reden noch was über Kenny. Sicher. Warum würde ich nicht sein? Ach, das war es schon? Okay. Ah, Rebecca, habe ich echt gesagt, ich habe keinen Bock zu reden. Ich möchte einfach erst mal nur gucken, was jetzt für Mike und Bonnie hier ist. Wo die stecken. Oh, Sarah, ja. Die jemals nochmal normal wird, beziehungsweise nicht mehr so, so doll verstört. Klar, kann ich natürlich verstehen, dass man so sehr verstört ist. Aber, wow. Okay. Aber trotzdem, also. Hey, Clem. Ich dachte, du ging mit Jane. Jep. Sie hat keinen Platz für Rebecca gefunden. We found a place for Rebecca to have the baby. An observation deck with the gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Oh, that's great. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty handed. I just want to help. Ist ja auch vollkommen okay. Können wir mit. Ja, 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 ist ja gut bei mir. Okay, das war's dann schon. Achso, das ist nur hier. Das haben wir. Wasserspender. Können wir die aus der Wand reißen, aber vorher kriegen wir das Wasser. Oh, ho, ho, ho. Empty. Ah. Du denkst, vielleicht sagen sie das was, über Wasser und Blankets, nur um die Leute rauszukommen? Oh, du wirst nicht wissen, was du sprachst. Und du musst nicht mit mir kommen. Nein, ich wollte es nicht. Never mind. Never mind. Können wir die nicht noch mitnehmen? Ja und? Hauptsache, äh, man kann damit ordentlich ballern. Also sie mit dem alten MG, aber okay, er war jetzt nicht so. Äh, es wird natürlich ewig dauern, aber die waren auch ziemlich langsam. Also langsam im Gegensatz zu der heutigen Maschinengewehre. Äh, könnte ich Rebecca geben. Oh, ja, was denn sonst? Oh, jetzt hat der Mund. Ich hoffe, du wirst immer immer so über mich denken. Nicht, dass ich dich schuldige, wenn du es getan hast. Ich habe immer immer die beste Entschuldigung. Du hast viel zu machen. Ja, das ist wahr. Clem hat eine Jacket gefunden. Das ist großartig, aber, äh, ist Grey der, du weißt, äh, äh... Wir können Rebekah nicht in einen Konfederischen-Kotten setzen. Oh, ich habe noch nicht gedacht. Ich glaube, es ist besser als nichts. Was? Ich denke, bei dieser Situation ist es echt scheißegal. Äh... Li hätte es gemocht und haben die dazwischen gelabert. Danke schön, dass ihr diesen Moment ruiniert habt. Danke, danke, danke. Sonst noch was? Jetzt haben wir hier... Höh... Höh... Ja, geht das so? Es war eigentlich jetzt nur so... ...zu gucken, ob wir was darin finden. Hey, das ist ein Wasserspender. Hier... Es ist doch jetzt ein Wasserspender gewesen, oder? Ja... Ist ja gut. In Ordnung. Wir gehen. Oh Mann. Ähm... Ein bisschen nervt das ja schon, dass wir alles machen müssen. Ja... Ich bin in Ordnung. Okay... Vielleicht... Ich versuche von... Oh! Oh! Zieh! 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 Los, 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 los! Zieh! Wow... Alles in Ordnung, Mike? Ja... Das hat passiert. Ja... Danke, Mike. Danke, Mike. Ja... Kein Problem. Danke. Ich bin so sorry über das Clementine. Wir sollten uns mehr vorsichtig sein. Ich glaube, das macht noch eine weitere Sache, die ich dafür habe. Das ist... Zählt jetzt gerade nicht, aber es ist... Okay. At least jetzt haben wir etwas zurückgebracht. Ich werde weiter schauen. Lass uns das Wasser holen. Das... Ist doch ein bisschen schwerer als Wasser. Oder? Wie viel ist da drin? Oh, so ein Liter? Wisst ihr das? Weil ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist es... Es sind ein paar Liter, die da drin sind. Man sieht Clementine halt echt... Zu kämpfen. Okay. Ah, wir sind's. Okay. Ich dachte, wir können noch weiter gucken. Okay, wir werden uns einen Plan überlegen. Was meinst du? Nichts. Nichts. Das Baby wird sich schwer auf alle. Besonders Rebecca. Und zwischen dir und ich... Sie sieht nicht zu gut. Hey, Leute! Was ist... Was hast du gefunden? Komm mal. Bleib nahe. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hehehe. Hyahhe. Hallo Sly. Sly Cooper. Hel link! Hyahle. Heahle, kust deine ja nicht mehr прот Ciao. Oh,'re the stacks! Oh nein, nein! Oh, Guck dir euch mit dem Blick an. Mike, oh wei, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie man in solcher Situation reagiert und wie das Empfinden natürlich ist, aber so, von dem Standpunkt her, bis jetzt, könnte ich kein Tier rumbringen. Oh. Och nein. Nein, muss das sein. Bringt sie da hoch. Oh. Bringt Rebecca erstmal nach oben. Kenny. Keine Selbstmordachung. Mike, Sarah. Äh, Mike, das Wasser. Das ist das. Weil er ist stark genug ist. Das Wasser braucht mir dringend. Kenny, ey, mach keine Selbstmordachung, Kumpel. Sarah, let's go. Kenny. Kenny, bitte keine Selbstmordachung. Er würde uns nur beschützen, aber Selbstmordachung. Kenny, komm, bitte. Oh. Danke. Danke, Kenny. Keine Selbstmordachung. Danke. Ich dachte, jetzt kommt echt eine Selbstmordachung. Danke. Oh Gott, sie sind überall. Ja, scheiß, dass die Kanone nicht geht, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Rebecca, du bekommst das Baby. Ich bin rektlos. Du weißt, du hast viel Nerven, kann ich? Rebecca hat das Baby. Jetzt? Nein! Ich bin sorry. Genau hier. Okay, da geht's. Ich habe Pille. Ich denke, sie helfen mit der Schmerzen. Was sind die? Sie sehen, wie Oxy. Ich will sie. Warte, warte. Ist das okay für eine Pregnante Frau? Gib mir die Pille. Oh Gott. Jep. Ich lebe hier mit der Schmerzen. Ich lebe hier mit der Schmerzen. Ich lebe hier mit der Schmerzen. Okay. Ich denke an Alvin. Try to think about Alvin. What he would say if he was you. Don't. Don't do that. I can't do this. Grim. Just make us stop. Please. This baby is coming. I can not. You can do this. We've gone through too much to give up now. Okay. 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 I can... I can talk. Just don't let go. Good. Good. Clem. You need to get out there and help the others. I've got this. Keep shooting. They are not getting up here. We're gonna run out of ammo. Eh, eh, eh. Ich hab, ich hab Mumpeln. Die Kanone. Die Kanone. We can block the gate with this. I'll help. I'm coming. Danke, Luke. Danke. Alleine packen ist garantiert nicht. Los, komm. Weg da, weg da, weg da. Und? Button smashing. Oh, nein. Oh, fuck. Oh, fuck. What the fuck is going on out there? Okay. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Get back, get back. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Jane. Sarah, hang on. Fuck, fuck, hurry. I can't hold on. Oh, fuck. Oh, fuck. Help me. Oh, fuck. Jane, save Sarah. Are you crazy? There's no way she's getting out of that. Eh. We can't leave her without even trying. Just go. Wie kannst du, wie kann man so kalt sein, ey? Gott. Los, du. Gott. Diese Frau. Oh. Okay. No, I can't. Help me. I'm trying. You have to listen to me. Oh, fuck. 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 Du würdest sie nicht mal retten. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Zerstörte Tattung Oh Gott, das geht gerade übelst nicht aus dem Kopf, die Ankerung Ah ok, ob das das wird Oh krass, 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 das geht mir gerade überhaupt nicht aus dem Kopf Ja, schon dabei Da liegt Sarah noch Ja, da guckst du, wa? Da guckt er Was denn? Ist es... ...tot? Es lebt Oh Gott sei Dank Oh Gott ist... Oh 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 Das geht jetzt mal ganz kurz an Riker LP Ich weiß, du schaust zu, hast du gerade eben im Hintergrund gesehen? We the people Wenn ich den Spuren mal zurück eben ganz kurz hat man es nochmal gesehen Das ist mir vorher nicht aufgefallen, aber da stand gerade We the people Ah, herrlich geil, finde ich gut Finde ich gut, auch trotzdem herrlich, das Kind ist da Hey Clementine Hey Es wird verdammt schwer werden, das Kind durchzubringen, aber es ist da Es lebt, es scheint gesund zu sein Er sieht Carver gar nicht ähnlich At least, er sieht nicht wie Carver Dieses Baby ist Alvins Er ist wunderschön Ich bin gut, ich bin gut Ich wünsche, dass ich heiße Die haben immer einen Mantel Why don't you give her that coat we found Oh Gott, man guck mal was er sagt Sorry, you know, about the color You really think I care about that? Ich wusste es I don't know how It's easy Just keep him close and support his head Oh mein oh mein Oh mein oh mein Eigentlich echt was 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 schönes in dieser beschissenen Welt Also jetzt im Spiel gerade Shhhhhhhhhh There you go Unnatural Schau dich Wie eine große Freundin Hier, lass mich ihn nehmen Du solltest beide resten Besonders dich Wann ist das letzte Mal Du schlappst, Kenny? About 2 Jahre Hahahaha 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 Das ist aber schön, Kenny auch mal wieder Froh, glücklich zu sehen Hahahaha Hahahaha Wenn ich die da hinten schon wieder sehe Jetzt Hahahaha 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 Oh mein Das ist deswegen Wie sagt man Etwas 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 Schönes In dieser schrecklichen Welt Und du? Tschüss Hey, hey, hey Was ist mit Luke? Was ist mit Luke? Was ist mit Luke? Was ist mit ihm? Weren't ihr euch... Schau Luke ist ein schöner Mann, aber es ist nicht so wie das Und es kann niemals so wie das Oh Well Das ist es dann Wo willst du hin? Ich bin nicht wie sie Ich bin nicht wie sie Ich bin einfach Man sollte nicht einen anderen Menschen mit dem anderen vergleichen, weil jeder Mensch ist ein eigener, ein Individuum Oh doch Ich verdanke ihnen alles Ich verdanke ihnen alles Ich verdanke ihnen alles Ich habe mich sicher Ich habe mich sicher Ich hätte mich nicht hier ohne sie Well sie können dich nicht sicher immer noch nie Keine Keine Du 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 Nö Will ich nicht Ich Ich, ähm... Ich muss gehen. Ähm... Nichts ist in Ordnung. Es ist nichts. Sie ist weg. Können wir es bitte sagen? Was? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? What the fuck? Pfft. Damn it! Hey, keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just... Okay? I mean, look around you. Okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment or something else. Fine. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Kenny, where's my baby? Is everything alright? Hmm. Naja. Everything is fine. We're gonna need a good place to race him. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Achso, we need a child. Clems got a point. That could be a whole town full of supplies. And not that far from here. Yep. A whole lot better than here anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first life. Whoa, whoa. What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at least. We've got that baby formula. And won't help the rest of us. We need something. What are you talking about? Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food. We have to risk it. Okay. Fine. If that's what you want. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. Mike had recht. And there stands wieder. We call. We the people. Luke. Look, don't look like that. Don't look like that. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be alright. Bex. It's gonna be alright. Bex. Oh, man. Oh, man. Es ist ein bisschen, äh, verschneit, würde ich mal sagen. Hm. Es ist kalt. Verschneit. Eisig. Aber sie ist ja auch ganz am Anfang so, dass, äh, überlinken ziemlich ziemlich kalt sein soll. Wow. You are all right? She's exhausted. We all are. I can keep going. Bist du dir sicher, Rebecca? Es gibt sogar keinen vernünftigen Punkt zu cutten. Luke, er streiten hilft uns nicht. Es ist ja richtig, trotzdem brauchen wir nicht zu streiten. Rebecca? Oh, hier. Hier ist ein Ort, um zu sitzen. Rebecca, lass mich das Baby nehmen. Oh, er ist okay. Ich habe ihn. Nein, du resten für einen Moment. Ich lasse ihn. Zurück, Kenny. Sie hat gesagt, sie will nicht, dass du das Baby nehmen möchtest. Nass dich weiss daran, okay? Ich bin nicht weiss daran. Ja, du hast es irgendwie. Geht auch auf Twitter und Facebook, beides in der Videobeschreibung, um auf dem laufenden Stand zu sein bezüglich meines Kanals. Und bis dahin, macht's gut.